Ich hoffe, deine Geschichte ist gut. Sie ist es. Keiner von uns ist mehr sicher, solange von Grunen nicht zurückkommt. Nur du könntest das erreichen. Wie soll ich das anstellen? Hast du nicht irgendeine wertvolle Information, die du nur von Grunen geben möchtest? Nein. Aber er schuldet mir noch einen Laufen Geld. Kannst du es beweisen? Steht im Vertrag. Gut. Sobald man dir deine Geschichte glaubt, werde ich mich mit den maßgebenden Leuten in Verbindung setzen. Auf die verführerische Agentin. Du hast zu viel gearbeitet. Wieso? Sehe ich schlecht aus? Steig aus. Das ist ein Spiel für Männer. Ja, ich will auch aufhören. Einmal muss man aufhören. Irgendwann. Aber im Moment ist es unmöglich. Wir müssen beide vernünftig sein. Wissen ist ihr Messiah. Denn wir müssen einige Sachen ab Transpez держpassen.